Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen neuen Glitch vorstellen, der eigentlich gar nicht so cool ist, weil der funktioniert zwischendurch und dann funktioniert er wieder nicht. In der Pestzombie funktioniert der perfekt. Wo ihr hin müsst, ist er auf der Hauptstrasse gegenüber von diesem Theater da, müsst ihr da in diese Ecke stehen, wo man die Tür aufkaufen kann. Man muss die Tür aber nicht aufkaufen. Und der Zombie rennt da weg, obwohl er nichts geklaut hat, rennt er da einfach weg und er schlägt euch einfach nicht mehr. In der Pestzombie habt ihr Godmode, ich schreibe nichts in den Titel, dass man Godmode hat, sonst kommen wieder die Kommentare von wegen, du machst Fake-Litches und alles. Was ich noch erwähnen wollte ist, wenn ihr der Speedy Army auch beitreten wollt, dann lasst doch bitte ein kleines Abo da. Es geht ja schnell, schnell den Abonnier-Button zu klicken. Wenn euch das Video natürlich nicht gefällt, müsst ihr nicht abonnieren, dann müsst ihr auch nicht dies liken oder was auch immer. Macht einfach am besten nichts, schaut das Video und geht dann wieder. Die zweite Sache ist, man kann gegenüber genau das gleiche machen, im selben Modus und die Pest rennt da auch die ganze Zeit wieder rum und macht nichts mehr. Wie gesagt, mit der Pestrunde geht es am besten, dann könnt ihr einfach stehen bleiben und alles machen, was ihr wollt. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.